So ihr Lieben, wir schauen uns jetzt Jurassic World Camp Cretaceous an. Wir beginnen mit Staffel 1, Episode 1 mit dem Titel Camp Greidezeit. Und zwar werde ich das so machen, dass wir uns Episode für Episode anschauen. Also jede einzelne Episode werde ich auch hier auf dem Reaction-Kanal gucken. Vielleicht sogar immer mit euch zusammen mal auf Twitch. Auf jeden Fall werden die Videos danach immer hier auf dem Reaction-Kanal hochgeladen werden. Parallel dazu werde ich auf dem Hauptkanal Anonkaijubers die Reviews zu den einzelnen Episoden veröffentlichen. So ist der Plan. Und jetzt beginnen wir einfach mal mit Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1, Episode 1. Ich habe echt Bock drauf, mir das Ganze nochmal reinzuziehen, denn ich habe davon fast gar nichts mehr auf dem Schirm. Ich weiß, dass ich bei Episode 1 dreimal ausgestiegen bin. Die Gründe werde ich hier ansprechen oder auch wenn nicht, dann eben in dem anderen Video auf meinem Hauptkanal, den ich dir mal da oben verlinkt habe. Auf jeden Fall ja. Der Einstieg hier ist schwierig und ich meine mich erinnern zu können, dass Episode 1 und 2 so ein bisschen hacklig waren. Aber danach geht es wirklich steil voran. Deswegen steigen wir jetzt gleich ein mit Jurassic World Camp Cretaceous Staffel 1, Folge 1. Los geht's. Wir beginnen mit der ganzen Nummer in 3, 2, 1 und Vollgas. Ich habe euch auch übrigens da oben einen Keimtoad, einen Timecode eingeblendet, damit ihr ungefähr mitverfolgen könnt, wo ich jetzt gerade bin. Universal. Das Universal Logo ist für mich einfach das Jurassic Logo, oder? Egal in welchem Film ich bin, sobald ich das Jurassic, äh Quatsch, das Universal Logo sehe, denke ich direkt an Jurassic Park. Oder eben Jurassic World jetzt hier in dem Fall. Der T-Rex. Ey, ich habe gerade unfassbar Bock auf diese Serie. Ist ja krass. Nach dem Roman Jurassic Park von Michael Crichton. Ja, auch der Sound von den Raptoren ist halt unfassbar geil, ne? Ich finde, jeder Saurier hat so einen eigenen Wiedererkennungswert, vom Geräusch her. Eigentlich, wenn er so macht, dürfte ihm eigentlich nichts passieren. Obwohl, eigentlich muss man so machen. So bist du immun gegen alles. Der hat was von Robert Maldun, der Knabe, ne? Er ruft um Hilfe. Alleine die Geräusche, Mann. Ey, Leute, ich schwöre es euch, ihr müsst diese Serie auf jeden Fall schauen. Ich finde die ultra geil. Und ich sage es immer wieder. Ah, ja, ich erinnere mich dran. Das ist gleich saublöd. Da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Das ist schon für eine Kinderserie recht harsch, finde ich. Auch wie der schreit und alles. Ich fand nur die Aussage gerade so ein bisschen doof. Wenn wir durch den Fluss laufen, können sie uns nicht mehr riechen. Aber die sehen dich doch. Die sind ja hinter dir. Game over. Ja. Ich weiß zwar nicht genau, warum man ein VR-Spiel direkt vor dem PC spielt. Boah, diese Poster hätte ich aber auch gerne im Hintergrund. Die sehen geil aus. Kennt ihr diese Poster von früher, wo ihr so Angaben hattet wie Größe, Geschwindigkeit und sowas? Die gab es früher in so Apotheken-Heftchen. Ja, stimmt. Da ist eine ganz, ganz, ganz dramatische Geschichte eigentlich hinter Darius. Ich erinnere mich da dran. Also die Charaktere in der Serie sind definitiv besser als die in Jurassic World. Also in den Filmen. Hundertprozentig. Das Problem, was ich glaube ich gleich hatte, war, weil der Bruder von Darius eben gerade meinte, sogar erfahrene Spieler finden keinen Weg, den T-Rex hier zu besiegen. Und wir erfahren gleich, wie Darius den T-Rex hier, Spoiler, aber wie er das lösen kann, das Problem. Und das ist dumm irgendwie. Das hat mir nicht so gut gefallen. Trotz, ich weiß, es ist eine Kinderserie, aber trotz allem kam das nicht so gut rüber. Was sind das? Ein Triceratops, eine Spardose, Parasaurolophus, T-Rex. Das sind Figuren zum selber anmalen, finde ich geil. Moby lebt Tyrannodon, Stegosaurus. Das würde ich mir in VR mal gerne angucken. Darius Zimmer in VR, da sind glaube ich sau viele Details. Das ist schon cool. Das ist, es müsste aber jetzt auch wirklich ein Buch von Dr. Alan Grant sein, was er glaube ich gerade in der Hand hatte. Warum, das erfahrt ihr gleich. Das macht gleich Sinn. Ich dachte sogar, es stünde sogar drauf, aber man hat es eben gerade auf jeden Fall nicht gesehen. Und zurück in die VR-Welt. Genau, er rennt jetzt wieder zurück zu den Knochen und findet da jetzt etwas sehr Bekanntes. Da. Die Resonanzkammer eines Velociraptors. Ich finde es cool, dass das da mit drin ist, weil das ist ja auch eine gelöschte Szene eigentlich. In Jurassic Park 3 sollte Alan Grant wirklich mit diesem Knochen, mit der Resonanzkammer, Velociraptoren auf den Spinosaurus hetzen. Da habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht auf meinem Hauptkanal. Habe ich dir mal da oben einfach verlinkt oder da. Dann kannst du gerne mal draufklicken. Das stört mich aber hier so ein bisschen, dass davor die Aussage gebracht wurde, niemand kam auf die Idee, diese Resonanzkammer zu nehmen. Das finde ich ein bisschen dumm irgendwie. Ist so ein bisschen Willy Wonka angehaucht, oder? Oh, die Musik, ey. Das ist schon geil. Also die ersten Kinder auf der gesamten Welt, die es geschafft haben, bestimmte Rätsel zu lösen. Das heißt, Darius, Ben ist der geilste, der Darius ist der Erste, der auf der gesamten Welt auf die Idee gekommen ist, nach unten zu gucken, wo die Knochen sind. Das finde ich ein bisschen doof irgendwie. Ich liebe diese Figuren einfach. Ich freue mich auch so auf Jurassic World Chaos Theory. Ich habe Bock auf diese Serie gerade. Und die haben alle eine Hintergrundgeschichte, eine geile. Also Brooklyn ist ja eine Influencerin, die ja extrem berühmt ist in dieser Welt. Warum filmt die dann für Instagram-Stories so? Macht man das nicht eher so? Ich mache das auch manchmal so, gell? Da habe ich am besten meine Schnauze. Aber trotzdem, müsst ihr es eigentlich besser wissen. Ah, diese Figuren, ey. Diese Charakter, das wird noch so geil. Ah, Gott. Da merkst du auch noch so eine Faszination für den Jurassic Park. Für Jurassic World hier in dem Fall. Kann ich noch alle Namen aufzählen? Das war auf jeden Fall eben Ben. Brooklyn. Kenji. Darius. Jess. und Sammy. Das war es, glaube ich, ne? Da ist noch mehr dahinter. Ich werde nichts verraten, keine Sorge. Aber es gibt so ein paar Brocken, an die ich mich noch erinnere. Und diese Figuren haben alle eine Backstory. Alle. Und manche sind wirklich nicht ohne. Auch das ist jetzt wieder eine Anleihe an den Jurassic Park Roman. Weil im Jurassic Park Roman wird immer wieder mal beschrieben, dass, dass, dass Kompis immer wieder aus den Gehegen ausbrechen und so eben auch aufs Festland kommen. Weil die quasi sind wie Ratten und deswegen immer auf die Transportboote kommen. Und, ja, das haben sie jetzt hier mit eingebaut. Und Jurassic World macht das eigentlich immer ganz gut. Dinge aus dem Roman oder auch gelöschte Szenen wieder referenziert in die Geschichte einzubauen. Aber die Serie macht es einfach geiler hier. Als die Filme. Auch das ist so gut. Wir haben bisher immer diesen melakonischen, ich sehe zum allerersten Mal einen echten Dynamo-Moment gehabt, mit einem Brachiosaurus. Immer mit irgendwas Großem. Und hier haben sie jetzt einfach einen der kleinsten Dinosaurier genommen. Und trotzdem funktioniert es. Weil du diese Magie einfach fühlst, wie Darius eben gerade gefühlt hat, als er diesen Kompi auf sich drauf sitzen sieht. Ich finde das schon geil. Scheiß Brooklander. Entschuldigung. Das ist Konkurrenz. Oh, jetzt kommt hier. Dann kriege ich gerade Gänsehaut. Aber ich finde es ein bisschen fies, dass du als Erwachsener anscheinend nicht ins Camp Kreidezeit darfst. Und das Camp Kreidezeit ist ja viel mehr der Jurassic Park als Jurassic World. Ich würde mich da auch reinschleichen. Irgendwie würde ich da reinkommen. Gerade heutzutage. Ich identifiziere mich einfach als Zehnjähriger. Zack, bin ich im Jurassic World Camp Cretaceous drin. Und so habe ich mir immer den Jurassic Park vorgestellt, wenn er wirklich fertig gewesen wäre. Mit Hotelanlagen in Mammutbäumen drin. Auch mit diesen Brücken da oben. Da gab es ja auch schon Konzeptzeichnungen dazu. Ich weiß nur nicht mehr, ob die von Jurassic World oder von Jurassic Park waren. Scheiße auf dein Penthouse, Mann. Das zweite kann ich auch unterstreichen. Bin ich auch nicht. Die flexen gerade alle mit irgendwas, ne? Kennt ihr so Menschen, die keinen Dialog führen können, sondern wenn du zu jemandem irgendwie hingehst und sagst, ey, ich war letzten Urlaub, war ich in Spanien gewesen. Und die Person geht aber dann nicht darauf ein und dann sagt, ah, ich war aber da auch schon mal und war auch noch da. Und dann geht es immer weiter und man versucht sich alles irgendwie zu toppen. Das war eben gerade hier auch der Fall. Führt Dialoge, ihr Pfeifen? Eine Dino-Dame. Da müsste ich jetzt eigentlich hier mal drauf achten. Da haben wir nämlich auch schon mal drüber gesprochen. Sind in Jurassic World selber auch alle Saurier wieder nur Weibchen? Wurde das mal irgendwie gesagt? Weil ich weiß es wirklich nicht. Das hier ist jetzt die Stelle, wo ich ohne Scheiß, da könnt ihr mich übersensibel nennen, hier bin ich wirklich dreimal ausgestiegen. Bei dem Moment. Weil die Serie spielt ja im selben Universum wie auch Jurassic Park. Und selbst für die Jurassic World Filme. Und deswegen finde ich das gleich so komisch, die Entscheidung, das so darzustellen. Ihr seht's gleich. Ja, so eine Seilbahn ist schon ziemlich geil. An sich ist die Idee schon cool. Was mich hier stört, ist einfach das. Die Brachiosaurier sind einfach höher als die Seilbahn an sich. Und ich hab mir dann wirklich immer wieder gedacht, ist das jetzt das Niveau, auf dem die Serie jetzt weitergeht? Also wir scheißen einfach auf alles. Jurassic World hat schon drauf geschissen, irgendwie uns Sicherheit vorzugaukeln. Gab's bei Jurassic World nie. Und jetzt machen sie aber hier noch einen drauf. Und ich dachte mir halt echt, das ist jetzt der Moment. Eben gerade sind übrigens zwei fast gestorben. Weil der Brachiosaurus da durchgelaufen ist. Kann man das nachvollziehen, was mich daran so stört? Immer wieder, wenn ich das sehe, denke ich mir, warum? Und dieser Ton, der wird die ersten beiden Episoden noch angehalten. Dieser, wir scheißen einfach, drauf ist ja egal. Ist ja eine Kinderserie. Erst danach haben sie sich dazu entschieden, jetzt ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Ob man da vielleicht doch ein bisschen mehr hinterfragen sollte, bei bestimmten Entscheidungen. Aber auch das Innere dieser Hotels sieht geil aus. Finde ich richtig cool. Alles aus Holz, nicht Liebe E-Holz. Ich finde das gerade geil. Ey, Kenji erinnert mich irgendwie gerade voll an ApoRed. Stellt euch mal Kenji mit Bart vor. Der auch andauernd nur darüber redet, wie reich er ist. Ja. Das war's Emma. Ich finde das alles aus. Sehr gut. Esotta uns sie nach mala Majorität nicht mehr kommt. leoht. Et staged . Das erwarte. Du zerstörstig. Und hierher da ein Fabel. Tut mir weiter. Es welt sich, damit kann ich 가져 Touchw objetivo an unbedingt neus. チörstig. Alles vormodern informações können wir das Pozen fasstS und jetzt clipt. Nicht, aber das war jetzt sagen. Ja, die sind doch schon alle irgendwie sympathisch, ey. Sogar Apo Kenji Red ist doch irgendwie auch sympathisch. Und das Gehege jetzt hier erkennt eigentlich jeder Jurassic World Fan wieder. Aber das Handy ist auf jeden Fall saugute Qualität. Das hat nicht mal einen Kratzer. Oh, die Knochen, die lassen Böses erahnen. Es ist natürlich das Gehege, ihr werdet es alle schon erkannt haben, das ist das Gehege der Raptoren. Des Raptoren-Squads Blue, Delta, Echo, Charlie. In der Serie werdet ihr übrigens immer wieder auch mal Momente erleben, wo Raptoren noch gefährlich sind. Er ruft um Hilfe. Ja, das war jetzt nicht die schlauste Idee. Zumal er war doch eben gerade einfach auch sicher gewesen, oder nicht? Also die wären doch jetzt eben gerade gar nicht reingekommen, die Raptoren. Drückt wieder auf denselben Knopf, der das Tor aufgemacht hat, um es wieder zuzumachen. Wäre das nicht ein Plan? Das Bild ist geil mit den Raptoren. Gefällt mir gut. Und das war es auch schon mit Episode 1 von Jurassic World Camp Cretaceous. Ja, wie gesagt, auf jeden Fall das Review-Video zu Episode 1 werde ich euch auf dem Hauptkanal verlinken. Oder auf dem Hauptkanal wird es gestellt werden. Ich werde es euch da oben mal verlinken. Ich will ganz kurz einfach mal so meinen ersten Eindruck dazu preisgeben. Ich verteidige die Serie immer wieder und bin auch weiterhin davon begeistert. Mich hat der Moment diesmal gar nicht so krass gestört mit dem Brachiosaurier. Vielleicht aber auch einfach, weil ich weiß, dass die Serie noch richtig geil wird. Und ich fand die erste Episode wirklich ansprechend. Für einen schönen Auftakt für die ganze Nummer. Und ich kann jetzt nicht zu viel verraten. Wir werden auf jeden Fall jetzt alle Episoden dann mal Stück für Stück hier gucken. Und eben dann auch besprechen auf dem Hauptkanal. Ich habe echt Bock drauf. Ihr könnt mir ja mal eure Meinung dazu in die Kommentare unten reinschreiben. Bitte spoilert, aber auch nicht für kommende Episoden. Versucht das einfach so zu handhaben, dass ihr in dem Bereich, in dem wir über eine Episode sprechen, auch nur über diese Episode was schreibt. Oder über Episoden, die da vorgelaufen sind. Bitte nicht spoilern in Zukunft. Kriegt ihr bestimmt hin. In diesem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns dann zum nächsten Mal wieder, wenn es weitergeht mit Episode 2, die sich nennt Geheimnisse. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020